Und ganz herzliches neues Jahr von mir an dieser Stelle für euch. Danke, dass ihr wieder auf unserem Kanal eingeschaltet habt. Mittlerweile haben wir den Samstag, das ist der dritte, erste und ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht. Ich habe nicht so viel gesoffen und seid jetzt wieder so unter den Lebenden angekommen. Das ist ja nicht für jeden so selbstverständlich. Heute gibt es nochmal ein Infovideo, das wird auch für die nächste Zeit wahrscheinlich das Letzte sein, denn ich habe da eigentlich auch genug Informationen verteilt und denke, ihr seid dann vollkommen versorgt mit Informationen. So, ich habe ab heute Nachmittag, circa 15 Uhr, müsst ihr mal gucken, gibt das neue Projekt online, das nennt sich Ad-Filler-Karriere. Jawohl, ja, ja, wer sehen will, liken, liken, liken. Das wahrscheinlich auch wieder auf Projektbasis, das heißt, wenn es euch gefällt, gibt es mehrere Teile davon. Wenn es euch nicht gefällt, stelle ich es eben ein. Das ist eben so. Ne, wie der lieb Gott sagen würde. Jo, und dann eine ganz kurze Info zu den Karrierefolgen. Ja, ich habe gesagt, schneiden dauert sehr lange und so weiter, ist eben auch so. Ich werde weiterhin schneiden, keine Sorge, zumindest bei Barca und Leipzig. Versuchen werde ich es vielleicht zwischendurch aber bei Swansea und bei den Bayern. Fakt ist aber auch, dass ich das Ganze so ein bisschen anders machen werde demnächst. Ein bisschen neues Gewand, mal zwei, drei Folgen reingepackt in eine Folge. Dafür natürlich nicht jeden Tag eine, sondern vielleicht nur alle zwei Tage, beziehungsweise, eh nicht so rum, es gibt dann wahrscheinlich täglich eine Karrierefolge, aber eben nicht jeden zweiten Tag von Leipzig zum Beispiel, wenn ich zwei oder drei Matches in eine Folge packe. Das ist dann eben das Ganze, was ein bisschen anders ist. Dafür, ja gut, da müsst ihr ja täglich reingucken, man müsst halt gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke, ich werde es zeitlich versuchen, so auf die Kette zu kriegen und es könnte hochinteressant sein, das ein bisschen so zu machen, der eine oder andere hat sich es gewünscht, auch mal zwei oder drei Folgen zu sehen, was ich auch legitim finde, ganz ehrlich. Und wir sehen dann weiter, ob es klappt. Ja, jetzt erst mal wunderbare Zeit im neuen Jahr. Viel Spaß auf unserem Channel. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao und viel Spaß bei der Spielerkarriere. Auf ein neues 2015. Danke fürs Zuschauen, ihr seid die Best. Ciao. Ciao. Ciao.